Hallo liebe Personaler, Recruiter, HRler, Männchen des Personalwesens. Wie ihr seht, haben wir uns das schon mal gemütlich gemacht auf unserer Picknickdecke. Denn wir wollen euch herzlich einladen zum ersten Karlsruher Personaler Picknick im Karlsruher Schlossgarten. Ich bin der Mats von Jobs Around TV, das ist der Mike von der Bimikon. Grüß euch. Und der wird euch jetzt mal kurz erzählen, was wir mit euch vorhaben. Genau, beim ersten Karlsruher Personaler Picknick haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen einfach in lockerer Picknick-Atmosphäre fachsimpeln über neue Recruiting-Methoden im digitalen Zeitalter. Welche Wege kann man gehen, was lief gut, welche Erfahrungen hat man gemacht, was waren komplette Fails. Also ich denke, darauf einen regen Austausch können wir uns freuen. Ja, das ist gut. Ich glaube, interessant ist noch Rahmenbedingungen, also Rahmenprogramme. Gibt es da was? Habt ihr was vorbereitet? Aber sicher. Picknick-Cop darf natürlich bei jedem guten Picknick nicht fehlen. Kalte Getränke sind ebenfalls bereitgestellt. Besonders freue ich mich auf Katharina Iren, welche das Ganze redaktionell mitgestaltet. Hallo, hallo Mike. Hallo Katharina. Filmisch begleitet wird es von der.gmbh. Also ich denke, Rahmenprogramm ist auf jeden Fall bunt. Und dann noch die wichtigsten Fragen zum Schluss. Wann, wo, wie? Das Datum ist der 18.07. Treffpunkt um 15 Uhr hier bei der.gmbh. Und gemeinsam dackeln wir dann zum Schlaßgarten rüber. Anmelden kann man sich? Ja, wird der Link eingeblendet. Aufklicken, kopieren. Freuen uns bei euch. Tschüssi. Ciao, ciao. Bis bald.